Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Reihe über die Entwicklung einer Softwareanwendung. Wir waren jetzt soweit, dass wir uns überlegt haben, wie die ganzen Objekte aussehen in C Sharp. Dann haben wir sehr grafisch modelliert mit den ganzen Relationen. Und jetzt wollen wir aus diesem grafischen Modell die C Sharp Klassen und das Datenbankschema ableiten, so dass wir die Objekte, wenn wir sie später generiert haben, auch in der Datenbank abspeichern können. Bevor wir uns jetzt aus dem Modell das Datenbankschema und die entsprechenden Klassen generieren lassen, wollen wir mal einen kurzen Blick in die Datenbank werfen. Also ich mache jetzt mal hier dieses Microsoft SQL Server Management Studio auf und wähle mir hier einen passenden Server aus. Und der Shortcut zum lokalen Server ist Punkt und dann Backslash gibt es dann eben die Hauptinstanz. Und wenn Sie jetzt eine SQL Express zum Beispiel installiert haben, dann kommt hier eben noch SQL Express rein. Wenn ich jetzt hier einmal Connect mache, dann sehe ich hier auf meinem Datenbankschema ist noch nicht so viel los. Also Datenbanken sind alle leer. So müsste es bei Ihnen auch ausschauen. Da dürfte es eigentlich noch nichts geben. So, jetzt drücken wir hier rechte Maustaste. Und wir wollen eine Datenbank von dem Modell generieren. Dann macht er zwei Schritte. Erstmal verbindet er sich zur Datenbank und dann richtet er uns auch noch das Mapping für die Klassen ein. Sie sehen, hier könnte ich jetzt schon Verbindungen auswählen, wenn ich schon welche hätte. Ich drücke mal hier New Connection. Und da geht jetzt hier so ein Fenster auf, wo ich erstmal hier den Servernamen auswählen kann. Jetzt macht er hier, wenn ich da Dropdown drücke, dann guckt er, was er im Netz so findet. Und hier gebe ich jetzt wieder ein Punkt Backslash, Windows Authentication. Jetzt könnte ich hier Datenbank auswählen, aber es gibt ja noch keine. Also geben wir jetzt mal hier ein Stadt, Land, Fluss, DB. Und dann drücken wir auf OK. Jetzt wird die Verbindung zur Datenbank erzeugt. Und jetzt sagt er, ja, also entweder es gibt die Datenbank oder du hast nicht die Berechtigung darauf zuzugreifen, möchtest du sie erstellen. Dann erstellen wir sie. Und jetzt gibt es hier etwas, das müssen wir uns nachher aufheben. Also, um jetzt auf die Datenbank zuzugreifen, brauchen wir einen Connection String. Der Connection String sagt unserem Datenbank Adapter, wo er die Datenbank findet, wie er es darauf zugreift, welche Passwörter er verwenden soll und so weiter. Das ist alles hier in diesem String kodiert. Und dieser String landet in einer Datei, die heißt app.config. Das ist eine XML-Datei. Und da sagen wir, soll er sie bitte auch gleich reinpacken. Dann können wir es uns da nachher rauskopieren. Wir müssen diesen String nachher überall hinkopieren, wo irgendjemand auf diese Datenbank zugreifen will mit unserem Container. Also mit unserer Datenbank Connection, die wir jetzt spezifisch für das Problem Stadt, Land, Fluss erzeugen. Es gibt jetzt einen Datenbank Connector, der kann Stadt, Land, Fluss. Und der braucht eben so einen Connection String. Und den kann man nachher auch austauschen, um dann zum Beispiel auf eine andere Datenbank zuzugreifen. Aber wir wollen jetzt genau diese verwenden. Also freuen wir uns, dass er uns die in den app.config einträgt. Und jetzt erzeugt er SQL. Das dauert gerne mal ein bisschen. Und dann sagen wir, das hätten wir gerne abgespeichert. Sehen wir hier, ist unter unserem Modell, also unter diesem edmx, nochmal ein entsprechender SQL-File hinzugekommen. Und die app.config hat sich geändert. Wir sagen, er soll die bitte mal neu laden. Also wenn wir jetzt hier reinschauen in die app.config, sehen wir hier unten, da ist unser Connection String aufgetaucht. Dieses super längliche Ding, das ist unser Connection String. Alles klar, müssen wir nachher rauskopieren, wenn wir noch den in der anderen Anwendung verwenden wollen. Was ist noch passiert? Wir haben diesen SQL und wir haben hier so etwas Neues. Das sind diese beiden TT-Dateien. Das sind nämlich so Templates. Und diese Templates machen jetzt folgendes, die generieren einmal hier so eine Context-Klasse. Das ist nachher unser Datenbank-Adapter. Da wollen wir mit auf die Datenbank zugreifen. Und das hier, da, die kennen wir schon, das sind unsere Klassen. Wenn wir da jetzt reingucken, sehen wir, ah, alles klar, hier steht Auto-Generated, nicht anfassen. Also wenn du was anfasst, dann ist es nachher kaputt. Und was hier steht, ist, dass diese Klasse partial ist. Das heißt, wir können noch Erweiterungen zu dieser Klasse in eine andere Datei schreiben. Und die wird uns dann beim Auto-Generieren nicht überschrieben. Das ist ja wichtig. So, gucken wir uns den spannenden Teil an. Das hier ist unsere SQL-Datei. Also alles ziemlich lang. Und wenn wir jetzt hier schauen, es gibt keine Verknüpfung zu irgendwelchen Datenbank. Also sagen wir, wir möchten uns mal mit einer Datenbank verknüpfen. Ja, mit welcher? Ja, mit unserer hier, mit der da, in meinem Fall ist es die. Je nachdem, welche Sie eben ausgewählt haben, ist es eine andere. Ich habe ein paar mehr installiert. Und dann können wir hier die Stadt-Land-Fluss-DB auswählen. Die haben wir eben angelegt. Und wenn ich mich jetzt zu der connecte, dann taucht die hier oben auf. Und wenn ich jetzt auf Play drücke, dann wird das hier, da steht ja Commands Completed Successfully. Und wenn ich jetzt hier reinschaue und mal F5 drücke, dann taucht die auf einmal die Datenbank auf. Und dann sehen wir, hier sind auch schon Tabellen drin. Also hier für unser liegt an, für unsere named objects, für named objects vom Typ Fluss. Und wenn man da jetzt reinguckt, dann ist das alles nicht ganz so spannend. Select top 1000. Da dürfte ja noch nicht so viel los sein. So, wir sehen, da ist auch noch nicht so viel passiert. So, jetzt wollen wir das, was wir eben in der Library schon konnten, nämlich die Sachen anlegen über den Konstruktor und mit getDescription und so weiter die Sachen rausschmeißen. Das wollen wir jetzt auch machen. Also wir kopieren uns das jetzt einfach rüber. So, dazu passen wir jetzt hier in den Referenzen einmal diesen Verweis auf die Stadt-Land-Fluss-Lib an. Also den schmeißen wir raus. Aber wenn der weg ist, wird es jetzt wahrscheinlich einen Haufen Komponierfehler geben, weil er die nicht mehr wiederfindet. Und dann fügen wir mit Add-Referenz jetzt mal die Stadt-Land-Fluss-Lib-DB hinzu. So, und das Ergebnis von dem Ganzen, das sehen Sie dann in der Version 4. Also, ich habe hier diese ganzen Hilfsklassen, die wir uns für Stadt-Land-Fluss angelegt haben und die Klassen selber hier entsprechend in diesen Extension-Folder reinkopiert. Und wenn wir jetzt mal reinschauen, sehen wir hier bei Fluss, da habe ich ja eben schon gesagt, das ist jetzt eine Partial-Class. Also, das heißt, die gibt es einmal in von uns generiert, also hier in den generierten Klassen. Und, also das ist ja die, da sind jetzt im Prinzip so alles dran, was wir erwartet haben. Also hier unsere Attribute aus dem Datenmodell und so weiter. Die wird ja generiert und die wird ja auch ständig überschrieben, wenn ich das neu generiere. Also, wenn ich was am Datenmodell ändere, das speichere, dann schreibt er die Datei neu. Also, schreibe ich in den anderen Teilen von der Partial-Class eben das rein, was ich sonst noch so hatte. Also, zum Beispiel hier unseren Konstruktor, dieses GetDescription, also alles, was Sie brauchen, schreiben Sie einfach in diese zusätzliche Partial-Class. Und dann wird es auch nicht wieder überschrieben. Dann habe ich folgendes gemacht. Wir hatten ja diesen, diesen kleinen, ähm, diesen kleinen Datenprovider uns da gemacht, wo diese drei Listen dran waren. Ähm, den gibt es natürlich nach wie vor. Und wenn wir jetzt mal hier reinschauen, also in unserem Form. Schauen wir doch mal, wenn ich jetzt so ein Land erzeugen möchte, was hat sich da getan. Wir haben jetzt hier immer noch unser Data, ja. Ähm, den hatten wir ja im Ursprunglichen auch. Da gab es so eine Liste mit Ländern. Ja, und wir sehen aber jetzt, die hat einen etwas anderen Typ. Die heißt jetzt DB-Set. Ja, das verhält sich im Prinzip genau wie eine Liste. Ähm, nur etwas, äh, intelligenter, was den Zugriff auf die Datenbank angeht. Ja, das heißt, ich habe jetzt unsere Data-Store-Klasse genommen. Ähm, so wie wir sie beim letzten Mal definiert haben. Und habe die jetzt einfach von diesem generierten Stadt-Land-Fluss-Model-Container abgeleitet. Das heißt, Data-Store ist ein Stadt-Land-Fluss-Model-Container. Die Stadt-Land-Fluss-Model-Container sind genau die, die hier rausfallen. Ne, also der da. Ähm, das ist jetzt unser Datenbank-Zugriff. Ja, das heißt also, wir haben jetzt hier einfach an diesem Ding dran. Ja, schauen wir mal. GoToDefinition. Ja, den gibt es jetzt auch wieder in zwei Arten. Einmal den generierten und einmal den von mir überschriebenen. An dem von mir überschriebenen habe ich jetzt hier noch diese DB-Sets angebracht. Ähm, so dass ich auf Länder, Städte und Flüsse einzeln zugreifen kann. Denn die sind alle von NamedObject abgeleitet. Was er mir also generiert, ist nur ein Zugriff auf NamedObject. Aber das kann uns ja erstmal egal sein. So, so funktioniert das mal grundsätzlich, der Aufbau. Ja, und wie wir jetzt damit umgehen, na, und wie wir jetzt Link-Queue auf diesen Data-Provider loslassen, das sehen wir dann im nächsten Film.